Seht ihr, so schlimm ist das doch gar nicht, die Glocke zu aktivieren. Oh mein Gott, ich bin in einem Video! Ich würde so gerne mal mitmachen. Bitte mehr von den Forms. Robin goes online-couch. Na gut! Ich hab Nierensteine. Das kann man nur ertragen, wenn man drauf ist. Was soll ich sowieso sagen? Das ist in Weimar, oder? Ja. Ja, okay, Schatz. Ich liebe dich. Als die Queen gestorben ist, war ich nackt. Frauen sind der Feind. Okay. Ja. Kann man nur ertragen, wenn man drauf ist. Mhm. Das ist aber ein schöner Kieselstein. Wir haben nichts da. Nee, sorry. Das kann man nur ertragen, wenn man drauf ist. Das glaube ich nicht, ne? Traum hat man sich am Bahnhof. Ja, was auch denn? Also, das gute Zeug haben die nicht. Nee, das gute Zeug wird zur Bahnhof. Aber die haben nur das langweilige Zeug. Sorry. Okay. Danke. Braut Stoff, oder was? Ich hab Nierensteine. Das kann man nur ertragen, wenn man drauf ist. Das stimmt, ja. Genau. Ich hab von unserer ... Stockt das Video nur bei mir? Stockt das Video nur bei mir? Wenn ich Fremdscham beschreiben müsste ... Das ... XD Frauen sind der Feind. Wie? Frauen sind der Feind. Nein? Der Feind. Abartiger Mensch. Warum? Warum schimmelt der nicht mein Fahrrad? Hab Bock auf Sterben. Warum schimmelt der nicht mein Fahrrad? Das sind wir nicht. Du hast noch ihre Fahrrad. Ich tue ein paar Fahrrad. Ich tue ein paar Fahrrad. Ich tue in meinem Fahrrad. Ich tue ein paar Fahrrad. So. Wer will mein Rad sein? Niemand von uns. Wir haben hier ganz viel Stress. Wir machen eine ganz wichtige Bildungsveranstaltung gerade. Wir haben gerade gar keine Zeit. Also sind Sie nicht in Gommemode? Nein, nein. Nein? Okay, sorry. Ja. Warum schimmelt der nicht mehr im Fahrrad? Vielleicht Fesselschimmeln? Ich hab Bock aufs Sterben. Mein Darm ist voll und bettelt um Entleerung. Ich bin jetzt im Gomme-Mode und Sie? Das geht nicht. Schauen Sie mal hier dieses Lecker an. Die ist mitten im Weg, da bin ich drüber gefallen und hab mich verletzt. Das muss abgesichert sein und quergestellt werden. Öffentliche Blödheit ist ein Grundrecht. Was heißt das hier jetzt wieder? Was wollen Sie damit sagen? Öffentliche Blödheit ist ein Grundrecht. Jetzt müssen wir uns aber nicht gegenseitig hier noch auf die Tumme haben. Was soll das heißen? Ich konnte es nicht sehen. Ich bin jetzt im Gomme-Mode und Sie? Was sind Sie? Ich bin jetzt im Gomme-Mode und Sie? Verstehe ich nicht. Wir müssen Deutsch reden, sonst verstehe ich Sie nicht. Entweder reden wir Deutsch oder wir lassen es nicht hören. Hier ist Deutschland. Moment. So, liebe Leute, das war die neue Folge. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Schreibt jetzt unten in die Kommentare ganz neue, tolle Sätze für die nächste Folge. Das wird der Wahnsinn. Aber auch da werden wir wahrscheinlich wieder wie hier Kommentare verwenden, die aus der Telegram-Gruppe entspringen, in die man nur reinkommt, wenn man mal auf Patreon vorbeischaut. Oder so, vielleicht macht ihr das denn überhaupt. Was hängt denn hier Subtiles an meinem Ohr dran? Ähm, danke nochmal an Imp und an Sarah fürs Mitmachen in dieser Folge. Und bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.